. 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 Sowohl draußen, wenn es einen Menschen trifft, der fliegt nämlich nicht weg und ja, es geht fast komplett durch, da fehlt nicht viel hinten, so tief, die Rückseite fängt den Schulten ab.